Sechsundsiebzig Etwas begründen, zwei Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Sie war müde. Sie war müde. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Er hatte keine Lust. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.